in dem heutigen video möchte ich euch einen glitch zeigen wie ihr super schnell um die map laufen könnt dieser glitch ist aber eher zum träumen weil ihr mit diesem glitch nichts machen könnt ihr könnt keine aufträge annehmen ihr könnt halt gar nicht interagieren das einzige was ihr machen könnt ist laufen und ich zeige euch jetzt wie man in diesen glitch reinkommt und wie man da wieder rauskommt ihr braucht als allererstes eine waffe mit akimbo aufsatz dabei spielt es auch gar keine rolle was für eine waffe das ist hauptsache akimbo danach müsst ihr so eine drohne finden die euch nach oben zieht und zwar ist das bei der drohne so dass wenn ihr damit interagiert es euch nach oben zieht und dann in die luft schleudert und ihr euren fallschirm aufmachen könnt aber es gibt auch einen trick wie die drohne euch nach unten zieht und ich zeige euch das jetzt ihr müsst damit interagieren leute oben macht ihr euren fallschirm auf und dreht euch direkt wieder zur drohne jetzt müsst ihr euren fallschirm schließen und direkt mit der drohne hier interagieren und ihr seht die drohne zieht euch nach unten und wenn ihr eure akimbo waffen ausgerüstet habt dann lauft ihr ab diesem zeitpunkt super schnell ihr müsst aber auch aufpassen dass wenn ihr irgendwo runter springt ist es so als ob ihr in der luft noch seid und es kann sein dass ihr durch falldamage stirbt aber schaut mal bitte wie weit ich springe damit wie gesagt ist dieser glitch aber nur zum träumen und bringt euch eigentlich nicht viel und wenn ihr ins wasser springt dann ist das aufgehoben das mit dem schneller laufen jedoch nicht der rest dass ihr mit nichts interagieren könnt und wie ihr seht schwimmt die nicht sondern lauft im wasser damit ihr jetzt komplett hier raus kommt aus dem glitch müsst ihr einmal sterben und einmal komplett ausbluten wenn ihr einen mate habt dann sagt ihn er soll euch hochholen oder falls ihr wirklich solo spielt bittet um hilfe und es wird bestimmt einer kommen denn die community ist richtig korrekt und die meisten helfen einem auch an der stelle vielen dank an den dude dessen namen ich nicht aussprechen kann und ja das war's dann auch mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lass doch ein leichter und schreibt mir die kommentare und falls du in zukunft nichts mehr verpassen willst kannst du jetzt ein kostenloses abo dalassen und die glocke aktivieren damit du immer auf den neuesten stand bleibst danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video ciao